um Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Plansons Sonnenskarte Wurther 2 und zwar die Spiele heute die Stinke Stinke Kanone das ist der Packwächter Dix gehalten ist dies mit Stinke 14 und um Trennen die Spiele zu tun man sieht was das zu laufen wird und um ich habe auch ein paar T-Vorbereitungen über ich war ein bisschen was reden muss Prozent ganz kurz und zwar um das war ein neues Leiseleid ich muss und leise reden weil mein Bruder kennt noch und wenn er aufwacht steckt das nächste Thema ist der Grund wird ab sofort nur gleich zu viele Parts und das ist ziemlich viel Arbeit dann aber nicht über sich und dann passiert genau das ist letztens passiert ist dass die Parts zueinander gekommen sind gut jetzt bin ich mit Plansons Sonnys mehr schickt ich kann ich finde sie auch gerne die Gigi Anderson Forrest Kanone wenn Ebel nicht kennt kann diesen Gag und dann brauchen wir mal Lausso Reiken komm schon Blume ich will ihr hört jetzt glaube ich Musik ich hoffe nicht wenn nicht dann ist mein Glück krieg das nicht dann möchte ich zu ich bin ich bin ich bin ihr seht schon die macht wenig damage aber ist cool ich bin denn er will sie okay okay KKK ob er sich mir erst mal ob man die die Änderung ist fort zu holen soll die die Änderung kurz in deinem Gesicht Nein! Nein, Alter! Leute, ich überlege mir gerade, weil es halt war und ich, wir zocken, nein, sehr viel Zombies und es kommt ja bald auf das neue, ähm, die sie raus in B.O. 3, ich würde schon zwei sagen. Und, ähm, das wird, reines Zombie... Zombie... Alles klappt. Reinigt ist Zombie, die sie also haben sich jetzt so von YouTube, wie es von Amerikanern herausgehört. Nur Zombie Maps und, ähm, ich überlege, weil es selber und ich hätte sehr gerne zum Spielen, ähm, dass wir zusammen ein Zombie-Kanal machen. Das vielleicht auch für euch gut wäre dann, ähm, sage ich euch, da mal in der nächsten Never forget im Kurs, also auf meinem Hauptkanal, ähm, wie der heißt und dann, ähm, geht ihr dahin, abonniert den. Und, und, zocken wir Zombies, wie ich sage, ne? Wieso lässt er sich nicht wiederbeleben? Ich, garassi! Ich... Nein! Das war auch schon, um PVZ-Einsatz zu machen. Man macht Paketensprung, wenn man stirbt, der fliegt dann mit ein Furcht, der weiß total unlogisch finde. Oh! Okay, genau. Kleine Fehler in der Matrix. So, wer will man Gigi Anderson vorkst in sein Gesicht? Nein! Butter! 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 Ach, ihr nächstes, nächste Woche, ähm, wenn sie wahrscheinlich nicht so viel Videos kommen, weil ich sehr viel unterwegs werde. Und, ähm, aber ich würde gucken, dass ich irgendwie, da, nice für ein Spitschen kann. Dann, ne, 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 ne ich möchte nicht immer nur ein Haus so ein bisschen laut sie ist echt geil die auch hier und die gewaltigen dahinten ich habe eben noch genommen und hat was in der einen flüssig sie geträgt und er haben seit der letzten End das war mit dem Aufnahmen von der Hälfte sich das Spiel aufgehangen noch ein Gott das Video war fast fertig wir waren bei 59 Punkten und das Spiel hat sich einfach aufgehangen da habe ich mir gedacht nein ich will das alles schon wieder mein Mann aber ich muss ihr gerne für euch Und ja, ist nun mal so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Poia caoacciaла a ten quer gufful So, jetzt meine Musik aus, und konzentriere mich jetzt auf das Wesentliche. Conzentrieren. Blumen! Dir geht´s gut. Zeig mir meine Shareauswahl. Damit ich weiß, ob ich Zombie oder Pflanze bin? Weil, gerade eben war ich Zombies. Dann war ich auf einmal wieder Pflanze, dann sag ich mir so... die die in fremd zu tun aber es ist die ich habe nie gewiss, im Video geht nur 15 Minuten Blume also zeig mir mal die Charaktereuzeuge Boah schon wieder die Boah Gatt Gieter Gieter 1 1 so ich hab erst bei den Käse verpasst das finde ich lustig ich spiele ich kann spielen das ist für mich das längste Spiel mit den längsten Ladezeiten das ist nicht du schießt mir genau in die Fresse genau in die Fresse genau in die Fresse okay was mit kleinen Zombies heute los Bugs oh nein nein und fortgeschritten oh god was will man da noch machen was will man da noch machen Guck mal, wie viele! Alles klar, Alter! Ich hab einfach keine Chance gegen die! Oh mein Gott, Alter! Guck mal! Ei, selbst! Ei, selbst! Geht doch! Sondern mit 47 HP, aber ich lebe noch! Gigi, ey, lass'n Forts in dein Gesicht, du Hohanso! Nice! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Wie viel noch? 37, ich hätte ihn fast! Oh, meine Fresse, Alter! Oh, Hühnchen! Stippt! Okay! Ey, die Pflanzen sind so der Beste an so einem Boss! Oh mein Gott! Ich fiel einfach Majore Mais spielen, Alter! Würde ich auch spielen, wenn ich mal zu werden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so ein Headwitch! Oh mein Gott! Da ist aber ich hingetroffen! So rosy! Ah, da geh' noch viel rosy, Alter! Ich geh' dann auf den! Da ist ne Zitron! Nice! Nice! Gerade läuft's! Gerade läuft's der! Nein, 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 nein! Und tot! Das war so klar! Kaum läuft's, bist du tot! Oh mein Gott, Alter! Was wird sie zu 36? Oh mein Gott, ich muss uns sagen, so legen! Oh mein Gott, nein! Die sind wirklich gut! Oh mein Gott, nein! Okay, nein! Auch gut. Majust сп. Nein, hier'm Tor. Ich binze, ich bin's família 6 und auch wer ambassador in Milch 4 Prozent,bitter! Denn eine P humpfаньe auf hiring Manerella ist wie merkte variiert Denn ja, lasst ein Abo da unten, einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.